Nun zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Reihe abketten, damit sich Ihr Strickstück nicht wieder aufribbelt. Stricken Sie die ersten zwei Maschen der letzten Reihe, sodass sie auf der rechten Nadel liegen. Dann stechen Sie mit der linken Nadelspitze in die erste der beiden Maschen ein. Heben Sie diese Masche mit der Nadelspitze über die zweite, sodass nur noch eine Masche auf der rechten Nadel liegt. Dann stricken Sie die nächste Masche von der linken Nadel. Es liegen wieder zwei Maschen auf der rechten Nadel. Fahren Sie wie eben fort, bis sich nur noch eine Masche auf der rechten Nadel befindet. Den Faden abschneiden und mit der rechten Nadel durch die letzte Masche ziehen. Die Nadel entfernen und die Masche fest anziehen. Mithilfe dieser DVD und des Beilegers Einfach anfangen, ist es Ihnen bestimmt gelungen, die ersten Reihen zu stricken. Und Sie können zufrieden sein mit den Fortschritten Ihrer Bemühungen. Und ich darf auch noch eine Mascheieren. Aber wenn Sie bei Kami die erste Reihen sich komplett 지원ieren können, Sie können zufrieden sein. Bis zum nächsten Mal.